Meine Aktienfavoriten für das Jahr 2022 mit vergleichsweise geringem Risiko. Dabei werden wir bei jedem Unternehmen kurz einen Blick auf die Bewertung werfen. Wir betrachten die Kursziele für die nächsten Jahre und selbstverständlich führen wir auch eine kurze Chartanalyse durch. Wichtig an der Stelle, was bedeutet denn Top-Aktie für mich? Und zwar sind es zum einen natürlich absolute Qualitätsunternehmen, die also wirklich top aufgestellt sind. Zum anderen fließt da für mich aber auch die aktuelle Bewertung mit rein. Denn hier liegt wirklich der Fokus auf absolute Top-Unternehmen, die momentan aber gleichzeitig noch sehr attraktiv bewertet sind. Der zweite Punkt wäre wenig Risiko. Und da ist natürlich klar, die Aktien unterliegen immer gewissen Schwankungen oder dem allgemeinen Börsenrisiko. Aber hierbei liegt der Fokus vor allem auf Qualitätsaktien. Dabei handelt es sich dann meistens natürlich auch um solidere und etwas größere Unternehmen, die vielen von euch auch schon bekannt sind. Aber lasst euch überraschen, ich bin mir sicher, da ist auch das ein oder andere Unternehmen dabei, das ihr vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hattet. Und insgesamt wird es auch eher ein kompaktes Video. Wir werfen einen kurzen Blick auf allen zwei Grafiken bei jedem Unternehmen, führen die Bewertung durch und schließen das Ganze dann auch mit der Chartanalyse ab. An dieser Stelle auch viel lieben Dank für über 2300 Abonnenten, die es jetzt schon sind. Und an der Stelle noch der kurze Hinweis, für alle, die noch nicht abonniert haben, das könnt ihr jetzt dann gerne machen. Und dann werdet ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos, Updates oder solche interessanten Auflistungen wie in diesem Video mehr verpassen. Dann starten wir aber auch direkt schon mit dem ersten Unternehmen. Und das ist Amazon. Amazon gehört aus meiner Sicht ganz klar auf die Liste und auch noch an der Stelle ein Hinweis, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Also nicht, weil jetzt ein Unternehmen irgendwie an 10. oder 8. Stelle kommt, sind aus meiner Sicht die Chancen deutlich größer wie jetzt bei anderen Unternehmen, die an 1. oder 2. Stelle in dem Video kommen. Also am besten lehnt ihr euch einfach zurück und schaut das Video ganz entspannt durch, damit ihr auch wirklich keines der 10 Top-Unternehmen verpasst. Und bei Amazon habe ich mich vor allem für die Grafik entschieden, weil hier der Titel die ganze Sache schon auf den Punkt bringt. Amazon mehr als ein reiner Online-Shop. Und das sehen wir auch schon hier an den einzelnen Segmenten. Die Grafik ist vom Geschäftsjahr von 2020. Und da sehen wir auch schon, wie breit Amazon aufgestellt ist. Also neben dem reinen Online-Shop auch noch den großen Anteil, die mittlerweile schon das Drittanbieter-Geschäft ausmacht. AWS darf man natürlich auch nicht vergessen, die vor allem für einen enormen Anteil des Gewinns verantwortlich sind. Und dann auch schon das Abo-Modell. Und mittlerweile, was auch immer stärker im Kommen ist, die physischen Stores von Amazon mit den innovativen Konzepten, dass man zum Beispiel einfach rein- und rauslaufen kann, ohne zu bezahlen. Der Supermarkt erkennt direkt, welche Produkte man sich in den Korb legt. Und dann haben wir auch noch das andere oder sonstige Geschäft, wo unter anderem auch das Werbegeschäft mit einfließt und wo Amazon mittlerweile auch schon ein echter Konkurrent zu Alphabet und Facebook bzw. Meta geworden ist. Und hier sehen wir auch direkt, was ich auch schon immer wieder erwähnt habe, dass sich hier vor allem der operative Cashflow zur Bewertung einigt, hier die Linie in gelb. Und die hat sich auch schon in den letzten 10 Jahren hervorragend geeignet für die Bewertung der Amazon-Aktie, weil einfach die Gewinne hier noch keine große Rolle spielen. Amazon investiert sehr viel, das haben wir auch jetzt im dritten Quartal wieder gesehen. Deshalb können wir bei der Bewertung vor allem auf den Cashflow zurückgreifen. Und in den letzten Jahren, das sehen wir auch schon seit 2018, eignet sich aber auch schon der bereinigte Gewinn relativ gut. Hier zu einem 50er KGV, das ich hier herangezogen habe, aus meiner Sicht auch absolut angemessen, wenn man hier die Zukunftsaussichten und die Wachstumsraten mit einbezieht. Bei der Bewertung bleiben wir jetzt aber trotzdem nochmal bei dem Cashflow. Und dann würde sich auch schon mit Blick auf die nächsten Jahre, Ende 2023, haben wir hier für die Bewertung herangezogen, eine jährliche Rendite von knapp 23% ergeben. Und aus meiner Sicht ist das auch absolut realistisch. Und deshalb hat sich auch die Amazon-Aktie auf jeden Fall einen Platz in dieser Aufzählung verdient. Und bevor wir zum aktuellen Chart kommen, sehen wir hier nochmal einen alten Kursverlauf von meiner Analyse. An der Stelle blende ich euch aber nicht meine Analyse ein, sondern ich verlinke euch rechts oben einen meiner letzten Livestreams. Da bin ich ganz ausführlich auf die Q3-Zahlen von Amazon eingegangen. Und in dem Livestream habe ich dann auch nochmal meine Analyse verlinkt zur Amazon-Aktie. Also von da gelangt ihr dann auch zu den anderen Videos. Oder ihr klickt einfach auf meine Website, die ihr vorhin gesehen habt. Und schaut euch da nochmal das Video zur Amazon-Aktie durch. Da habe ich ja nochmal eine ganz ausführliche Analyse aufgenommen. Und in der Analyse habe ich auch diese Grafik mit eingeblendet. Und zwar habe ich da immer die Tees von dem Kurs-Umsatz-Verhältnis hergenommen und die in dem Kursverlauf mit eingetragen. Und da sehen wir, dass jedes Mal, wenn wir so ein gewisses Tief beim Kurs-Umsatz-Verhältnis erreicht haben, das eine enorm gute Kaufchance war bei der Amazon-Aktie. Aber das behalten wir jetzt einfach mal im Hinterkopf und rufen dann auch noch zum Vergleich den aktuellen Chart auf. Und hier sehen wir dann auch direkt, das war dann ungefähr hier, als ich das eingeblendet habe. Oder hier in dem Bereich. Seitdem ist die Aktie auch weiter gestiegen. Hier habe ich auch nochmal zusätzlich den gleitenden Durchschnitt eingeblendet, der auch in den letzten Jahren immer ein hervorragender Indikator dafür war, wann sich aktuell ein interessanter Kaufzeitpunkt ergibt bei der Amazon-Aktie. Und davon ist der Aktienkurs mittlerweile zum wiederholten Mal abgeprallt. Wir sehen auch schon, dass der Kurs mittlerweile wieder so einen kleinen Widerstand erreicht hat, der schon seit knapp eineinhalb Jahren besteht. Und insgesamt werte ich das hier als extrem bullische Konsolidierung. Also aus meiner Sicht stehen die Chancen hier sehr gut, dass der Kurs in den nächsten Monaten nach oben ausbrechen wird. Und deshalb ist Amazon aus meiner Sicht auch eine absolute Top-Aktie für das Jahr 2022. Und wo wir jetzt gerade bei Amazon sind, gestern bin ich nämlich zufällig auf ein Angebot gestoßen, das mit Sicherheit für die meisten von euch interessant ist. Normalerweise präsentiere ich ja auch gar keine Angebote oder irgendwas in die Richtung. Aber das wollte ich euch wirklich nicht vorenthalten. Ich bin nämlich ja im Amazon Partnernet registriert und da bekommen wir dann immer wieder auch mal Mails mit irgendwelchen Angeboten und Sonderaktionen. Und normalerweise postet man die auch überall per Affiliate-Links. Von mir seht ihr da eigentlich gar nichts. Also ich habe ganz unten in der Videobeschreibung immer ein Buch des Monats oder auch mal die Finanzbücher-Charts verlinkt. Aber ansonsten mache ich da eigentlich keine Werbung. Aber wie gesagt, das Angebot war auf jeden Fall interessant, weil ich das auch für mich selbst nutze. Und zwar bin ich schon seit vielen Jahren eigentlich Audible-Kunde, weil das aus meiner Sicht eine super Möglichkeit ist, Bücher zu hören, wenn man irgendwie unterwegs ist, wenn man gerade die Wohnung aufräumt, den Abwasch macht oder im Zug sitzt, was auch immer. Und wie wir hier sehen, normalerweise kostet so ein Audible-Monat 9,95 Euro. Das heißt, dann bekommt ihr ein Guthaben pro Monat. Und aktuell haben wir eben das Angebot, das man 6 Monate für 4,95 Euro hören kann. Wie gesagt, das habe ich auch schon meinen Freunden privat erzählt und ich werde euch hier auch nie irgendwas vorstellen, was ich nicht selbst nutze. Aus meiner Sicht ein klasse Angebot, weil ihr einfach für 4,95 Euro ein komplettes vollwertiges Buch euch anhören könnt und ihr könnt auch jederzeit kündigen. Deshalb einfach nur mal hier der Hinweis von mir. Ich werde es euch ganz oben in der Videobeschreibung verlinken. Und gleichzeitig ist das eine super Möglichkeit, auch mich zu unterstützen, wenn euch meine Videos gefallen und wenn ihr hier einfach meine Arbeit auf YouTube honorieren möchtet. Ich bekomme dann nämlich eine minimale Provision. Aber genau deshalb einfach der Hinweis von mir an der Stelle und für jeden, der Interesse an das Angebot hat. Wie gesagt, der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch auch schon mal viel Spaß mit den Hörbüchern. Jetzt geht es aber direkt weiter mit der nächsten Aktie. Und ich habe euch eben schon bei der Amazon-Aktie rechts oben meinen letzten Livestream zu den Gaffam-Aktien verlinkt. Dabei bin ich nicht nur ausführlich auf die Amazon-Aktie, sondern auch ganz detailliert auf Meta bzw. auf Facebook eingegangen. Und das ist auch die zweite Aktie in der heutigen Aufzählung. In dem verlinkten Video bin ich dabei auch ganz detailliert auf die Chancen und vor allem auch auf die Risiken der neuen Pläne und der strategischen Ausrichtung von Facebook bzw. von Meta eingegangen. Und das wird vor allem an dieser Grafik hervorragend ersichtlich. Facebook erreicht mit all seinen Plattformen über 3,6 Milliarden Nutzer mittlerweile schon. Es gibt kaum ein anderes Unternehmen bzw. eigentlich gar kein Unternehmen, das so eine breite Nutzerbasis hat. Und da besteht aus meiner Sicht einfach noch extrem viel Potenzial. Und diesbezüglich werfen wir auch direkt mal einen Blick auf die Bewertung. Und dabei können wir auch einfach den klassischen Gewinn verwenden. Hier habe ich ein KGV von 25,5 herangezogen. Da bin ich auch in einem anderen Video. Das seht ihr dann auch im Livestream. Wie gesagt, da habe ich dann auch noch einzelne Analysen zu Facebook verlinkt. Oder schaut auch einfach auf meinem Kanal vorbei. Hier, da seht ihr da die Facebook-Analyse. Das war auch noch nicht so lange her. Vor ungefähr einem Monat habe ich die hochgeladen. Da bin ich ganz ausführlich auf die Bewertung von Facebook eingegangen. Und weshalb hier aus meiner Sicht auch so ein KGV in dem Bereich von um die 25 angemessen ist. Und wir sehen es auch schon hier in den letzten Jahren hat sich das KGV hervorragend geeignet. Bis auf den Cambridge Analytica-Skandal und den kleinen Tech-Aktien-Crash, den wir hier Ende 2018 gesehen haben. Ansonsten war hier der beregnete Gewinn zu einem 25er KGV perfekt geeignet. Und hier können wir dann auch einfach mal das Kursziel für Ende 2024 berechnen. An der jährlichen Rendite ändert es nicht viel, ob wir hier 2023 oder 2024 nehmen. Und auch daraus würde sich eine jährliche Rendite von knapp 15 Prozent ergeben. Das ist nicht so hoch wie bei Amazon. Aus meiner Sicht lassen auf Facebook auch etwas mehr Risiken. Aber nach wie vor ist Facebook ein absolutes Top-Unternehmen mit einer extrem breiten Nutzerbasis, das auch in den nächsten Jahren noch viel Potenzial hat. Und deshalb hat aus meiner Sicht auch Meta-Plattforms, wie das Unternehmen mittlerweile heißt, einen Platz in dieser Aufzählung hier verdient. Und fast hätte ich es vergessen, aber selbstverständlich werfen wir auch bei Meta noch mal einen kurzen Blick auf den Chart. Und auch hier habe ich den gleitenden Durchschnitt eingeblendet. Und auch hier war der in den letzten Jahren immer ein hervorragender Indikator. Ich fand sich hier eine interessante Kaufmöglichkeit bei der Meta-Aktie bzw. bei Facebook ergibt. Außer während dem Tech-Aktien-Crash und während der Corona-Krise, da ist der Kurs in beiden Fällen mal ein ganzes Stück drunter gerutscht. Auch hier während dem Cambridge Analytica-Skandal. Ansonsten ereignet sich der gleitenden Durchschnitt aus meiner Sicht aber hier hervorragend, um potenzielle Einstiegschancen bei der Facebook-Aktie zu ermitteln. Und auch in den letzten Wochen ist der Aktienkurs wieder genau auf diesem gleitenden Durchschnitt aufgeprallt. Gleichzeitig sehen wir hier auch noch eine gewisse horizontale Unterstützung im Bereich des alten Hochs und des aktuellen Tiefs hier. Und auch hier sieht aktuell alles danach aus, dass der Kurs in den nächsten Monaten hier nach weiter oben läuft und hier mittlerweile so einen kleinen Boden gefunden hat. Und deshalb ist die Meta-Aktie auch auf Basis der charttechnischen Betrachtung aus meiner Sicht eine Top-Aktie für das nächste Jahr. Und dann wären wir auch schon direkt bei den nächsten beiden Unternehmen, also Platz 3 und Platz 4 haben wir hier. Zu einem haben wir die Mastercard-Aktien, zum anderen Visa. Aus meiner Sicht gehören hier nämlich auch beide Aktien ins Depot, wenn man hier auf die Top-Layer aus dem Fintech-Bereich oder aus der Finanzbranche setzen möchte. Was das Geschäftsmodell, die Bewertung, die Kennzahlen betrifft, sind sich beide Unternehmen extrem ähnlich. Hier bei der kurzen Betrachtung werden wir uns deshalb vor allem auf die Mastercard-Aktie fokussieren. Und dabei habe ich mich für die Grafik entschieden, weil die extrem aussagekräftig ist und vor allem die hervorragende Qualität der Mastercard-Aktie hervorhebt. Wir sehen hier einen kurzen Blick auf die verschiedenen Kennzahlen und auch einen Rating-Faktor. Der einzige Grund, warum Mastercard hier keine 15 von 15 hat, war der kurze Umsatzrückgang während der Corona-Pandemie. Das ist wirklich der einzige Grund. Ansonsten sehen wir hier auch relativ gut, wie hervorragend sie abschneiden. Und genau so sieht es auch bei der Visa-Aktie aus. Und auch Mastercard habe ich schon mal ausführlich analysiert. Das werde ich euch auch jetzt rechts oben verlinken. Und eines der meisten Kommentare unter den Videos war, wie ich das dann sehe, ob Mastercard jetzt auch von den neuen Trends profitieren wird. Vor allem Mobile Payment oder auch mit der Apple Watch und solchen Konkurrenten wie Paypal. Und dabei sehen wir auch nochmal ganz deutlich, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt, mit welcher Bezahlmethode ihr zukünftig zahlt. Ob das jetzt Apple ist, Google Pay oder auch Paypal. Mastercard ist der größte Profiteur von all dieser Methoden, weil auch diese Unternehmen auf dieses riesige Zahlungsnetzwerk von Mastercard und eben auch Visa setzen. Und das einfach schon ein unglaublich großer Burggraben von beiden Unternehmen ist. Wie gesagt, ich habe es hier einfach mal am Beispiel von Mastercard hervorgehoben. Bei Visa sieht das Bild aber sehr ähnlich aus. Und selbstverständlich werfen wir auch einen kurzen Blick auf die Bewertung der Mastercard-Aktie. Und hierbei sehen wir auch direkt schon, dass wir bei Mastercard gar nicht groß unterscheiden müssen zwischen Cashflow, reinigter Gewinn oder bilanzieller Gewinn. Das haben wir auch eben schon an den Kennzahlen relativ gut gesehen. Mastercard ist ein extrem solides Unternehmen, das in allen Bereichen hervorragend wirtschaftet und hier auch kaum Sonderausgaben hat. Und vor allem haben sie auch extrem hohe Margen. Insgesamt gehören auch Mastercard und Visa zu den Unternehmen mit den höchsten Margen in der gesamten Aktienwelt oder in der gesamten Börsenlandschaft. Und hierbei berechnen wir einfach mal das Kursziel für die nächsten Jahre im Blick auf Ende 2024 und erhalten eine jährliche Rendite von ungefähr knapp 13% pro Jahr. Seit meiner Analyse ist die Mastercard-Aktie auch schon ein Stück weiter gestiegen. Davor hatte sich auch noch ein besserer Einstiegspunkt geliefert. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich auch die ausführliche Analyse veröffentlicht. Wie gesagt, schaut da gerne mal rein. Oder meine Chart-Analyse von damals werden wir uns gleich auch nochmal zum Vergleich anschauen. Aber insgesamt sehen wir, die Rendite ist jetzt nicht ganz so hoch wie irgendwie zwischen 15% oder 20% bei Facebook und Amazon. Aber aus meiner Sicht für so ein absolutes Top-Unternehmen, das wirklich hervorragend aufgestellt ist, und einen extrem hohen Buchgraben hat, ist es ebenfalls ein sehr attraktives Einstiegsniveau, vor allem mit Blick auf die nächsten Jahre. Und hier haben wir einmal zuerst den Kursverlauf der Visa-Aktie. Auch hier habe ich wieder den gleitenden Durchschnitt eingeblendet. Ihr seht auch direkt schon, warum. Der war ebenfalls auch bei der Visa-Aktie in den letzten Jahren immer ein hervorragender Indikator, wo sich momentan eine ganz interessante Chance zum Einstieg ergibt. Und auch hier ist die Aktie nur während der Corona-Pandemie einmal kurz unter diesem gleitenden Durchschnitt durchgebrochen. Momentan bewegt sich der Aktienkurs ebenfalls auf den gleitenden Durchschnitt und gleichzeitig auf eine ganz interessante horizontalen Unterstützung mit Blick auf das alte Hoch vor dem Einbruch während der Corona-Pandemie. Und deshalb ist die Visa-Aktie aus meiner Sicht auch mit der charttechnischen Betrachtung eine sehr interessante Aktie für das nächste Jahr bzw. für die nächsten Jahre. Und wie erwähnt, werfen wir bei Mastercard erstmal einen kurzen Blick auf meine alte Chart-Analyse. Und da sehen wir eigentlich, die sieht relativ ähnlich aus zur Visa. Auch hier haben wir einen sehr interessanten gleitenden Durchschnitt und auch hier haben wir eine sehr solide horizontale Unterstützung, auf der der Aktienkurs kürzlich erst aufgebreit ist. Gleichzeitig habe ich als Ergänzung bei der Mastercard-Aktie noch einen mittelfristigen Aufwärtstrend eingezeichnet, der schon seit Mitte 2018 Bestand hat. Und das hier ist einmal die charttechnische Betrachtung zu meiner Analyse, die ich durchgeführt habe Anfang September. Und das vergleichen wir jetzt einfach mal kurz mit dem aktuellen Chart. Und dabei sehen wir, dass der Aktienkurs sich zwar momentan immer noch im Bereich des gleitenden Durchschnitts befindet und auch gerade eben erst von dieser horizontalen Unterstützung entfernt hat bzw. von der unteren Unterstützungszone des langfristigen oder des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. Das heißt, hier ist die Aktie schon ein ganzes Stück angestiegen seit meiner Analyse. Aber aus meiner Sicht bietet sich hier immer noch eine relativ interessante Einstiegschance mit Blick auf die nächsten Jahre, genau wie bei der Visa-Aktie. Nachdem wir jetzt schon vier Wachstumsaktien besprochen haben, kommt hier auch schon die erste Dividenden-Aktie bzw. der erste defensive Wert, nämlich Unilever. Auch dazu habe ich schon mal eine ganz ausführliche Analyse veröffentlicht. Die werde ich an der Stelle nicht verlinken, die findet ihr auch auf meinem Kanal. Also schaut am besten da einfach mal vorbei. Und neben dem Unternehmen, wo ich auch in der Analyse ganz ausführlich darauf eingegangen bin, weshalb die aktuelle Situation bei Unilever ganz interessant ist und wo ich auch da die großen Chancen sehe des Unternehmens, bin ich da noch auf einen anderen Aspekt mit Blick auf die gesamte Branche eingegangen. Hier sehen wir nämlich einmal die Sektor-Performance des S&P 500 und vor allem, wie in diesem Zeitraum die Branche der defensiven Konsumgüteraktien abgeschnitten hat. Das seht ihr ja einmal in braun hervorgehoben. Und da sehen wir, dass es immer mal geschwankt hat. Gerade in schwierigen Jahren wie 2007 oder 2008, kurz vor oder kurz nach der Finanzkrise, hat vor allem die Konsumgüterbranche extrem gut abgeschnitten. Auch 2014, 2015 gab es mal schwierige Jahre. Und momentan haben wir das Szenario, dass die Tech-Aktien in jedem der letzten fünf Jahre deutlich besser als die defensive Konsumgüterbranche abgeschnitten hat. Und wenn sich dieses Muster, beziehungsweise diese abwechselnden Perioden der Performance hier weiterhin beibehalten, stehen die Chancen sehr gut, dass wenn es jetzt in den nächsten Jahren mal wieder etwas turbulenter wird, der Stunt auch mal wieder das ein oder andere Jahr gibt, wo vor allem eben die defensive Konsumgüterbranche oder genau diese Dividendenaktien deutlich besser abschneiden werden als die Tech-Aktien. Und das kann man natürlich nicht sicher sagen. Momentan lastet auch vor allem die Inflation und die steigenden Preise auf diese Unternehmen. Aber zumindest eignen sich solche Aktien wie Unilever als Beimischung vom Aktiendepot, um hier einfach nochmal ein bisschen Diversifikation mit reinzubringen. Vor allem auch als Ergänzung zu diesen ganzen Tech- und Wachstumsaktien, die ja auch in meinem Portfolio relativ groß vertreten sind. Und auch bei Unilever werfen wir einen kurzen Blick auf die Bewertung beziehungsweise auf die Kursziele der Aktie für die nächsten Jahre. Und dabei kommen wir auch auf den Durchschnitts-KGV von ungefähr 22. Wir sehen auch schon hier, es macht keinen großen Unterschied, ob wir den bereinigten Gewinn oder den ganz normalen bilanziellen Gewinn verwenden. Da gab es mal in den letzten Jahren ein paar Unterschiede. Aber insgesamt, vor allem mit Blick auf die nächsten Jahre, gleichen sich diese Werte relativ gut an. Und vom aktuellen Kursniveau können wir hier sogar mit einer Rendite von um die 15% rechnen mit Blick auf Ende 2023. Gerade für so einen defensiven, stabilen und soliden Wert ist das aus meiner Sicht eine hervorragende Renditeerwartung. Klar, die ist nicht sicher. Ich würde wahrscheinlich eher sagen, das wird sich in den nächsten Jahren im Bereich zwischen 10 und 16% bewegen. Aber aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall ein Topwert für so eine defensive Konsumgüteraktie. Und auch bei der Chart-Analyse sehen wir, dass die Unilever-Aktie sich schon seit vielen Jahren, seit über acht Jahren in einem langfristigen Aufwärtstrend bewegt. Und gleichzeitig sehen wir hier eine extrem solide Unterstützung, die ebenfalls schon seit über fünf Jahren Bestand hat. Und an dieser horizontalen Unterstützungszone ist der Kurs auch in den letzten Jahren mehrfach nach oben abgebreit, beziehungsweise hat hier in dem Bereich seinen Boden gefunden. Aktuell bewegt sich der Aktienkurs ebenfalls genau auf dieser Unterstützungszone und gleichzeitig noch auf dem langfristigen Aufwärtstrend. Das heißt, hier haben wir sogar eine doppelte Unterstützung. Als Ergänzung dann auch noch zu der attraktiven Bewertung, wie wir es eben gesehen haben, hat hier die Unilever-Aktie aus meiner Sicht auf jeden Fall einen Platz in diesen Top-Aktien für das nächste Jahr verdient. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten defensiven Dividenden-Aktie und wahrscheinlich auch zur großen Überraschung für die meisten von euch. Hier haben wir nämlich Vielmann. Das ist aus meiner Sicht eine sehr unterschätzte Aktie, die auch ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Ich glaube, jeder kennt Vielmann, da muss man nicht viel zu sagen. Und insgesamt ist Vielmann auch einer der führenden Optiker-Ketten, vor allem in Mitteleuropa. Großer Pluspunkt aus meiner Sicht ist, dass es hier ein familiengeführtes Unternehmen ist. Das heißt, hier werden vor allem langfristige und strategische Entscheidungen getroffen. Und deshalb ist Vielmann aus meiner Sicht auch eine hervorragende Buy-and-Hold-Aktie mit Blick auf die nächsten 10 bis 15 Jahre. Und auch da könnt ihr einfach mal bei den Videos auf meinem Kanal vorbeischauen. Da habe ich in einem Video, das hieß Fundamental und Chart-Technisch-Attraktiv, in Bezug auf drei defensive Aktien. Da habe ich auch noch mal einen etwas näheren Blick auf Vielmann geworfen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber ich habe auch für heute noch mal eine interessante Grafik mitgebracht. Und zwar von einem ausführlichen Bericht in Bezug auf die Optiker-Branche. Und das war nämlich auch ein Kommentar, was ich relativ häufig gesehen habe. Wie gesagt, schaut auf das Video. Da bin ich auch ganz ausführlich auf das Kommentar eingegangen, wenn ihr jetzt noch mal im Detail nachlesen möchtet. Ein Kommentar war nämlich, wie ich denn die Entwicklung der E-Commerce-Branche beziehungsweise des Online-Geschäfts mit Bezug auf die Optiker-Unternehmen sehe. Vor allem solche Unternehmen wie Mr. Spex, die ja auch groß online verkaufen. Und dabei kann ich mich immer wieder nur auf diese Grafik hier beziehen. Nämlich knapp 90% aller Käufe, was Brillen betrifft, werden im stationären Handel betrieben. Also im Laden vor Ort. Und gleichzeitig auch noch mal der Großteil, knapp 10%, bezieht sich auf Multi-Channel-Käufe, wo eben auch vielmann stark vertreten ist. Das heißt, dass man sich seine Brille hier vielleicht schon online anschauen kann oder online vorreservieren und die dann einfach im Laden nur noch mal kurz anprobiert oder eben abholt. Und genau da ist Vielmann eben extrem stark aufgestellt. Es gibt kaum ein anderes Unternehmen, was so viele Filialen hat, vor allem mit Blick auf Deutschland und Mitteleuropa. Und gleichzeitig, auch dazu habe ich mir mehrere Grafiken angeschaut, ist Vielmann dasjenige Unternehmen, das mit den einzelnen Läden am meisten Umsatz erzielt. Und hier in der Bewertung der Aktie sehen wir, dass das Gewinnwachstum der Aktie in den letzten 10, 15 Jahren eher bescheiden war. Hier gab es noch ein kleines Wachstum, aber vor allem in den letzten 5 Jahren gab es eher eine langfristige Stagnation. Vielmann hat sich hier zum Teil auch neu ausgerichtet und vor allem sehr hohe Investitionen getätigt und sind weiter expandiert, unter anderem auch in Italien, Österreich und in der Schweiz. Also haben sich einfach in Mitteleuropa etwas breiter aufgestellt. Dennoch sehen wir, dass Vielmann hier in den letzten 5 Jahren, also trotz dieses stagnierenden Gewinnwachstums, durchgängig mit einem KGV von über 30 bewertet wurde. Das hat ganz viele verschiedene Gründe, auf die man auch etwas detaillierter darauf eingehen muss. Da empfehle ich euch einfach noch mal einen näheren Blick auf das Video zu werfen, das ich vorhin schon erwähnt habe. Also schaut dabei einfach auf meinem Kanal Fundamental und Chart-Technisch Attraktiv. Da bin ich etwas ausführlicher auf die Vielmann-Aktie eingegangen und auch wie die Bewertung zustande kommt und habe auch noch andere Bewertungskennzahlen hier als Ergänzung herbeigezogen. Und wie gesagt, da gibt es mehrere Gründe, unter anderem, dass einfach der Bereich der Sehschwäche ein extrem langfristiger Trend ist. Also immer mehr Menschen müssen schon im frühen Alter sich eine Brille besorgen. Und dieser Trend wird sich auch in den nächsten Jahren voraussichtlich fortsetzen. Und insgesamt ist Vielmann da extrem stark aufgestellt. Das sehen wir auch schon hier an der Grafik. Nämlich hat die Finanzkrise nahezu überhaupt keine Spuren bei Vielmann hinterlassen. Auch der Kursverlauf und das habe ich so bei so gut wie keinem Unternehmen bisher gesehen. Dieser große Aktiencrash hat hier auch überhaupt keine Spuren beim Aktienkurs hinterlassen. Hier gab es einfach auch nur über die Zeitung von einem Jahr eher eine Seitwertphase oder eine kurze Stagnation, bevor es dann wieder aufwärts ging. In den letzten Jahren gab es hier mal eine kurze Übertreibung. Aber mittlerweile, wenn wir jetzt auf die letzten fünf Jahre schauen, vor allem auch mit Blick auf die Prognosen für die nächsten Jahre, ergibt sich hier vom aktuellen Kursniveau mit Blick auf Ende 2023 auch eine relativ solide Rendite von ungefähr 11,5%. Und dafür, dass Vielmann so ein extrem stabiler und defensiv aufgestelltes Unternehmen ist, ist diese Renditeerwartung mit Blick auf die nächsten zwei Jahre aus meiner Sicht auch ein sehr attraktiver Wert. Und deshalb hat Vielmann eher als kleines und als weniger bekanntes Unternehmen auch hier einen Platz in meinen Top 10 Aktien für das nächste Jahr verdient. Und dabei ist vor allem auch der Blick auf den Chart interessant. Vielmann bewegt sich hier nämlich schon seit fast 20 Jahren in einem langfristigen Aufwärtstrend. Wie wir es eben schon bei der Bewertung und anhand des stagnierenden Gewinns der letzten fünf Jahre gesehen haben, gab es hier auch mal eine Übertreibungsphase der Vielmann-Aktie. Das heißt, wer hier vor ungefähr fünf Jahren investiert hat, der kommt aktuell bei Plus, Minus, Null raus, wobei Vielmann auch eine relativ hohe Dividende zahlt. Also die muss man hier schon noch mit oben drauf rechnen. Aber ansonsten muss man natürlich klar sagen, in den letzten Jahren war Vielmann kein attraktives Investment. Mit Blick auf die letzten 15 bis 20 Jahre aber definitiv schon. Und aus meiner Sicht könnte es auch gerade auf dem aktuellen Kursniveau, wir sehen hier, wir sind kurz mal drunter gerutscht unter diesen langfristigen Aufwärtstrenden, aber der Kurs hat seitdem auch direkt wieder angezogen. Und aus meiner Sicht mit Blick auf die nächsten fünf bis zehn Jahre könnte das momentan eine ganz interessante Einstiegsgelegenheit sein. Und wie gesagt, deshalb kommt Vielmann hier auch in meiner Aufzählung mit vor. Und bevor wir dann auch gleich schon zu dem Unternehmen mit der höchsten Renditeerwartung kommen und auch wieder zu den spannenderen und etwas riskanteren Wachstumswerten, werfen wir hier nochmal einen kurzen Blick auf die letzte defensive Aktie hier in der Aufstellung, bei der sich aus meiner Sicht aber auch große Chancen im Blick auf die nächsten Jahre ergeben, nämlich Fresenius. Hier sehen wir auch schon die einzelnen Geschäftsbereiche von Fresenius. Unter anderem hat auch der Bereich Fresenius Medical Care relativ stark unter der Corona-Pandemie gelitten, aber mit Blick auf die nächsten Monate und Jahre sieht das Bild aus meiner Sicht auch wieder deutlich besser aus. Und da der Aktienkurs momentan auch so niedrig ist und auch die Bewertungskennzahlen der letzten Jahre den Blick auf die Zukunft beziehungsweise die Kursziele etwas verfälschen, gehen wir hier in dem Video mal nur auf eine Bewertungsmethode ein. Ich verlinke euch an der Stelle aber auch nochmal rechts oben das Video meiner letzten drei Aktienkäufe, die sind auch noch relativ aktuell, nämlich im letzten Monat im Oktober habe ich mir drei neue Aktien ins Depot geholt und Fresenius war eine davon und da gehe ich auch nochmal ein bisschen ausführlicher auf die Bewertungsfaktoren und auf das Unternehmen Fresenius ein. An dieser Stelle aber einfach nur mal die Dividendenrendite als Indikator für die aktuelle Unterbewertung. Die momentane Dividendenrendite liegt nämlich ungefähr bei 2,3% und die können wir auch bei Fresenius relativ gut als Bewertungskennzer heranziehen, da das Unternehmen seine Dividende schon seit vielen Jahren und relativ konstant und gleichmäßig steigert. Das heißt, wenn es hier irgendwelche Auffälligkeiten gibt, dann schließt es vor allem auf eine Unterbewertung mit Blick auf den Aktienkurs hin. Das heißt, der Aktienkurs ist momentan so niedrig, dass im Verhältnis dazu die absolute Dividende so hoch auffällt und dementsprechend haben wir aktuell eine Dividendenrendite, die so hoch ist wie zuletzt vor 20 Jahren. Nicht mal während der Finanzkrise war diese so hoch wie aktuell. Das heißt, allein auf Basis dieser Bewertungsmethode können wir schon darauf schließen, dass die aktuelle Bewertung sehr interessant ist mit Blick auf die nächsten Jahre und das schauen wir uns als Ergänzung auch nochmal kurz im Chart an. Und hier sehen wir auch direkt schon, dass sich die Fresenius-Aktie ähnlich wie bei Vielmann seit knapp schon 20 Jahren in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet, wo sie auch kürzlich erst wieder aufgebreit sind. Gleichzeitig haben wir hier noch so eine mittelfristige, horizontale Unterstützung, in dem Bereich sich der Kurs aktuell bewegt. Und gleichzeitig als Ergänzung haben wir dann auch noch einen kurzfristigen Aufwärtstrend, den ich in grün eingezeichnet habe, der ebenfalls ein Indikator dafür ist, dass wir hier aktuell so eine Bodenbildung vollziehen, die vielleicht auch schon in den nächsten Monaten abgeschlossen ist. Klar, hier gibt es auch das Risiko, dass der Kurs hier wieder ein Stück weit nach unten prallt und dann erst hier im Bereich zwischen 30 und 35 Euro die wirklich große Unterstützung findet, bevor es wieder weiter nach oben geht. Aber insgesamt sehen wir auch, wenn wir auf die Prognosen blicken, dass der Umsatz, die Gewinne, die Margen in den nächsten Jahren weiter steigen sollen. Und in Kombination mit der aktuellen charttechnischen Betrachtung stehen aus meiner Sicht die Chancen gut, dass wir im nächsten Jahr vielleicht auch schon hier diesen kurzfristigen Abwärtstrand überwinden können und dass es dann mittel- bis langfristig wieder aufwärts geht bei der Fresenius-Aktie. Und wie versprochen, habe ich auch noch mal etwas riskantere Aktien für euch dabei. Das heißt, wo sowohl die Chancen als auch die Risiken etwas größer sind. Aus meiner Sicht überwiegen hier aber aktuell die Chancen. Und hier haben wir wieder zwei Aktien im Doppelpack, nämlich die beiden chinesischen Top-Konzerne Alibaba und Tencent. Und die beiden Grafiken erklären auch schon relativ gut, weshalb es die beiden Top-Konzerne sind. Ich will mir hier bei der linken Grafik von Alibaba einmal Amazon außen vor lassen, die ja gar nicht auf den chinesischen oder auf dem asiatischen Markt groß vertreten sind. Da sehen wir auch schon, mit welchem großen Abstand Alibaba hier der absolute Marktführer ist im Vergleich zu den nächsten beiden chinesischen Konkurrenten. Und ebenso sehen wir schon bei der rechten Grafik, wie groß das Tencent-Metaverse mittlerweile ist und wo sie hier überall ihre Finger im Spiel haben. Sie haben wirklich ein unglaublich breites Portfolio an verschiedenen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, wo sie breit vertreten sind. Insgesamt haben wir es ja also mit zwei sehr großen und breit aufgestellten chinesischen Top-Konzernen zu tun. Wo bei beiden Konzernen der Aktienkurs momentan nicht so wirklich vom Fleck kommt, aufgrund der großen China-Risiken, ausgehend von der Politik der kommunistischen Regierung. Und auch darauf bin ich in einem alten Video schon mal ausführlich eingegangen. Das werde ich euch jetzt an der Stelle rechts oben verlinken. Da habe ich ein ganz detailliertes Video zur Tencent-Aktie aufgenommen und wie ich die Situation aktuell auch einschätze und wie ich ja auch die Chancen sehe mit Blick auf die nächsten Jahre, dass sich hier diese beiden chinesischen Top-Konzerne wieder erholen werden. Und dabei bin ich auch auf die Bewertung der Tencent-Aktie eingegangen, das ist auch bei beiden Unternehmen relativ ähnlich. Hier in dieser Aufzählung werfen wir jetzt einfach mal nur einen Blick auf die Bewertung, die Kursziele der Alibaba-Aktie, die aber auch stellvertretend für die Tencent-Aktie steht. Und dabei sehen wir auch schon gut, wenn wir jetzt einfach nur den Durchschnitt nehmen, des bereinigenden Gewinns der letzten Jahre, der sich auch hervorragend geeignet hat in dem Zeitraum. Das Durchschnitt KGV ist hier auch gar nicht so hoch. Wir sehen hier 28,3. Das ist aus meiner Sicht auch noch absolut im Rahmen. Aber gleichzeitig sehen wir auch hier schon direkt, dass die Prognosen enorm hoch sind. Also wenn wir hier einmal das Kursziel für Anfang 2024, also mit anderen Unternehmen verglichen eher Ende 2023, berechnen, dann hätten wir schon eine Rendite von knapp 120% bzw. 40% pro Jahr. Ich glaube, da sind uns aber alle einig, dass die Schätzungen etwas zu optimistisch sind. Wenn wir das jetzt beispielsweise auf 25 absenken, dann sehen wir schon, so niedrig wurde die Alibaba-Aktie in den letzten fünf Jahren nie bewertet. Das heißt, das war hier eher immer nur eine untere Begrenzung der Bewertung. Aber auch dann können wir mit Blick auf die nächsten Jahre immer noch mit einer Rendite von über 30% rechnen. Und selbst wenn wir jetzt extrem konservativ schätzen und hier nur noch ein bereinigtes KGV von 20% heranziehen, aber auch dann würde sich eine Rendite von über 20% ergeben für die nächsten Jahre. Ein ganz wichtiger und entscheidender Hinweis an der Stelle. Das liegt auch in gewisser Weise an eurer Einschätzung. Also wenn ihr glaubt, die chinesische Regierung hat ja einfach nur die Unternehmen etwas härter an die Zügel genommen in den letzten Jahren und in ihre Grenzen aufgezeigt, ein paar Regulierungen angestoßen, aber sie haben hier nicht den Plan, die Unternehmen komplett kaputt zu machen, indem sie sie beispielsweise verstaatlichen, dann sind hier diese Kursziele aus meiner Sicht auch absolut realistisch. Aber sollten sie da wirklich nochmal stärker eingreifen und vielleicht sogar auch einzelne Segmente oder vielleicht auch das ganze Unternehmen verstaatlichen, dann kann sich hier die Situation nochmal deutlich weiter eintrüben und dann hätte das auch enorme Konsequenzen für den Aktienkurs und dementsprechend natürlich auch für die Rendite mit Blick auf die nächsten Jahre. Das heißt, die Frage muss jeder von euch selbst beantworten. Wie gesagt, schaut da gerne mal in mein zuvor verlinktes Video zur Tencent-Aktie rein. Da bin ich etwas detaillierter darauf eingegangen. Ich bin da eher bei dem ersten Szenario. Das heißt, aus meiner Sicht hat die Regierung zwar etwas stärker durchgegriffen, plant aber nicht, die Unternehmen komplett kaputt zu machen und dementsprechend rechne ich auch hier mit einer Rendite von um die 20% pro Jahr. Aber als Ergänzung blicken wir auch nochmal kurz auf die Chart-Analyse der beiden Unternehmen. Und da sehen wir zum einen den Chart der Alibaba-Aktie, dass ich auch auf eine relativ interessante Unterstützung gefangen habe. Ich glaube, auch hier in dem Bereich habe ich auch einen meiner letzten Nachkäufe getätigt. Und da sehen wir auch, dass das eine sehr solide Unterstützung war mit großem Potenzial, dass der Aktienkurs von Alibaba hier in dem Bereich seinen Boden findet. Gleichzeitig ist der Kurs auch nochmal auf diesen mittelfristigen Abwärtstrend aufgeprallt. Das heißt, hier hätten wir in gewisser Weise auch eine doppelte Unterstützung. Und aus meiner Sicht stehen die Chancen hier relativ gut, dass sich der Aktienkurs in den nächsten Monaten weiter nachholen wird. Und deshalb hat es auch die Alibaba-Aktie in dieser Aufzählung geschafft. Und ähnlich sieht es natürlich auch bei Tencent aus. Dabei sehen wir aber direkt, dass das Chartbild bei Tencent hier deutlich positiver ist. Also hier bewegt sich die Aktie eher einen mittelfristigen Aufwärtstrend. Und was bei Alibaba hier der Abwärtstrend war, wo die Aktie nochmal aufgeprallt ist, ist bei Tencent hier nochmal eine deutlich solidere horizontale Unterstützung, auf der der Kurs ebenfalls aufgeprallt ist. Also auch hier hatten wir eine doppelte Unterstützung, die aber bei Tencent insgesamt etwas positiver aussieht. Aber aus meiner Sicht gilt hier das Gleiche wie bei der Alibaba-Aktie. Auch bei Tencent stehen die Chancen relativ gut aus meiner Sicht, dass sich der Kurs hier in den nächsten Monaten erholen könnte. Und deshalb haben es die beiden Unternehmen als etwas riskantere Werte, aber auch mit dem höheren Renditepotenzial in den nächsten Jahren, in diese Auflistung geschafft und gehören zu meinen Top 10 Aktien für das Jahr 2022. Und dann werden wir auch schon bei der letzten Aktie für heute angelangt. Und dabei habe ich mir nochmal eine andere Branche ausgepickt, die wir bisher noch gar nicht hatten, nämlich die Gaming-Branche und Electronic Arts, die hier in diesem Bereich extrem breit vertreten sind, wie wir hier auch im Hintergrund an der Grafik relativ gut sehen können. Und an der Stelle verlinke ich euch auch mein letztes Video hier rechts oben. Und zwar ist es der Livestream vom letzten Wochenende, wo ich ganz ausführlich auf Activision Blizzard und EA eingegangen bin. Während Activision Blizzard nämlich stark angebrochen ist nach den Q3-Zahlen, hat EA hervorragende und Top-Q3-Ergebnisse geliefert. Ich glaube, das war sogar deren bestes Quartals-Ergebnis in der Historie des Unternehmens. Und gleichzeitig bin ich da auch relativ ausführlich eingegangen, wo ich hier die großen Chancen sehe, mit Blick auf die nächsten Monate und Jahre. Und das sehen wir auch hier relativ gut bei der Bewertung der Electronic Arts-Aktie. In der Vergangenheit gab es mal eine gewisse Übertreibungsphase, die wir hier bei allen Gaming-Aktien gesehen haben. Aber seitdem hat sich der Aktienkurs auch wieder relativ gut gefangen. Und wir sehen hier auch, wir können in den nächsten Jahren mit immer weiteren steigenden Gewinn rechnen. Und die Aktie scheint auch aktuell relativ fair bewertet zu sein, mit Blick auf Anfang 2024. Hier auch wieder wichtig der Hinweis, im Vergleich zu anderen Unternehmen wäre das dann eher Ende 2023. Können wir mit einer relativ soliden Rendite von um die 11% rechnen. Nicht allzu berauschend, aber auch keine schlechte Rendite. Aber da wichtig als Ergänzung werft da vielleicht nochmal den Blick auf den Livestream, den ich euch verlinkt habe. Oder wo ich auch ein anderes Video drin angesprochen habe, wo ich nochmal einzeln nur auf die Electronic Arts-Aktie eingegangen bin. Aus meiner Sicht gibt es hier nämlich zwei große Games und ganz interessante Chancen, die dafür sorgen könnten, dass hier die Prognosen in den nächsten Jahren sogar noch weiter angehoben werden. Und deshalb hat es die EA-Aktie auch mit dieser vergleichsweise eher geringen Renditeerwartung für die nächsten Jahre in diese Auflistung mit reingeschafft. Und auch hierbei werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf den Chart. Dann sehen wir zum einen, dass sich der Aktienkurs momentan im Bereich des letzten Hochs aus der damaligen Übertreibungsphase bewegt, aber die EA-Aktie sich gleichzeitig in einem mittelfristigen und sehr konstanten Aufwärtstrend befindet. Als ich die Aktie damals im Video analysiert habe, hat sie sich hier ungefähr in dem Bereich von 130 US-Dollar bewegt, wo ich auch den ersten Kauf getätigt habe. Ganz wichtig an der Stelle und das gilt auch für alle Unternehmen, die bisher besprochen wurden, die Charts und die Kursvorläufe, die wir hier sehen, beziehen sich auf den Nachmittag von Donnerstag. Also das Video nehme ich hier aktuell am Freitag auf, am 12. Die Kursvorläufe kommen vom 11. November, also von gestern und wenn ich es schaffe, werde ich das Video auch heute noch hochladen, aber wahrscheinlich auch erst Samstagvormittag. Insgesamt ergibt sich hier aber trotz des Anstiegs in den letzten Wochen immer noch eine interessante Einstiegschance mit Blick auf die nächsten Jahre und aus meiner Sicht ist das auch ein sehr attraktives Chartbild, das man häufiger sieht und ich persönlich denke, dass es dann auch in den nächsten Monaten soweit ist, dass der Kurs dann hier nach oben ausbricht und dass die Chancen auch relativ gut stehen, dass die Aktionäre von Electronic Arts hier im nächsten Jahr eine relativ gute Performance erzielen. Und diesbezüglich auch noch mein letzter Hinweis an der Stelle und zwar haben mir viele Zuschauer geschrieben unter den Videos meiner letzten Gaming-Aktien, die ich besprochen habe, dass sie hier am liebsten einfach in den Wanne Gaming ETF investieren und ja, der ist zwar in den letzten Monaten und Jahren auch relativ gut gelaufen, allerdings sind da auch sehr viele Unternehmen drin, die jetzt keine reinen Gaming-Aktien sind, zum Beispiel AMD oder auch NVIDIA, also auch große Chip-Konzerne, die momentan noch relativ sportlich bewertet sind, weshalb die es auch hier nicht in meine Auflistung geschafft haben und für all diejenigen, die hier wirklich rein von Gaming-Aktien profitieren möchten oder Unternehmen, wo auf jeden Fall ein Großteil der Umsätze von Gaming erzielt wird, die aber gleichzeitig trotzdem nicht jedes einzelne Unternehmen analysieren wollen, für die ist vielleicht der folgende Hinweis ganz interessant. Ich habe seit kurzem nämlich auch ein eigenes Wikifolio aufgemacht und es befindet sich momentan in der Anfangsphase, der Start war auch schon relativ gut mit beiden Aktien, zum einen sehen wir hier meinen Gaming-Wikifolio, da habe ich verschiedene Gaming-Aktien mit reingenommen, die ich auch ganz erfülllich analysiere, sowohl aus fundamentaler, aber auch aus charttechnischer Sicht, das heißt, ich investiere auch nur, wenn sich aus meiner Sicht eine sehr interessante Einstiegschancen bietet und das könnt ihr dann auch ganz ausführlich nachlesen, klickt da einfach mal drauf. Ich habe ja auch noch mal ein Wikifolio erstellt für alle Aktien, das heißt so ein weltweites Aktiendepot, ich werde euch beide Wikifolios in der Videobeschreibung verlinken, schaut da gerne mal rein und an der Stelle auch nochmal die Erinnerung an das Angebot von Audible, das heißt, werft auch da gerne mal einen Blick drauf. Wie gesagt, ich habe das euch nur empfohlen, weil ich es interessant finde und weil ich es auch aktuell selbst nutze, weil das aus meiner Sicht einfach ein super Angebot ist. Also schaut da gerne mal rein und dann würde mich zum Abschluss auch noch brennend interessieren, was sind denn eure Top 5 Aktien mit Blick auf das nächste Jahr? Wo seht ihr hier Überschneidungen mit meinen Aktienempfehlungen und welche Aktien habe ich hier aus eurer Sicht vergessen? Also nennt mir unbedingt auch noch im Kommentarbereich eure Unternehmen, die hier auf jeden Fall mit reingehört hätten in diese Aufzählung und dann können wir uns nämlich auch wie immer gerne ausführlich im Kommentarbereich austauschen und dann könnt ihr nämlich auch die Aktienideen von allen anderen Zuschauern sehen und dann haben wir nämlich als Ergänzung zu diesem Video auch noch mal eine ganz interessante Auflistung im Kommentarbereich. Also schreibt mir gerne eure Top Aktien mit rein, gebt ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr noch nicht abonniert seid, könnt ihr das gerne machen, dann werdet ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.